Willkommen auf der Saatalks. Heute habe ich den Film Natsume Yuchinchou The Movie Affirmal Bond. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier steht es dann nochmal. Ich kann es selber lesen. Flöte Mischung aus Japanisch und Englisch. Hatte ich auf dem Akiba Pass Festival gesehen. Allerdings ohne Deutsch-Synchro war das glaube ich damals. Also ich bin mir nicht sicher. Es war auch noch ein 2019er Akiba Pass Festival. War auf alle Fälle cool. Die Katzen sind niedlich, dessen Name mir schon wieder gefallen ist. Ich habe das Kaffee vielleicht nicht aufgebildet. Ja, nach der Katze wurde tatsächlich jetzt beim Otaku Shepardy of the Yetiko noch gefragt. Ich wusste nicht mehr. Homosharu oder irgendwie sowas. Ja, egal. Hier sind drauf die Sprache Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Geht 105 Minuten der Film. Also etwas länger als anderthalb Stunden. Bildformat 16.9 in Full HD. Und es sind noch Trailer mit drauf. Und das Ganze kommt in der Tonausgabe 5.1. Wie es für einen Kinofilm halt sich gehört. Dann hätten wir hier das Innere. Das ergibt eine schöne Grafik. Deswegen zeige ich euch das mal gesamt. Hier sind noch Alternativbilder mit dabei. Und dann haben wir hier die Disque. Falls euch der Film interessiert, packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Tschüss. Tschüss.